Heute ist der 8. Dezember. Ho, 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 liebe Follower von Santiago Cisma. Ja, mein Name ist Ra, als Rap-Künstler. Und Steven Abel, auch bekannt als Synchronsprecher, unter anderem Kuhri, in Camp Coral zum Beispiel. Ja, mein schönstes Weihnachten wollte ich euch näher bringen, das war tatsächlich, als ich 3 Jahre alt war und von meiner Mutter ein Keyboard geschenkt bekommen habe. Genau, das war so das schönste Weihnachten, das ich hatte und das schönste Weihnachten ist doch sowieso die Wärme und die Familie. In der Hinsicht schauen wir doch jetzt mal ins nächste Türchen ran. Es dann. Das war's für heute. Heute könnt ihr gewinnen eine unterschriebene Sammelkarte von Fritz Rott.